Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt es ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Fahrtbewusst mal ein wenig zu schnell in die Kurve rein, versuch einzulenken und dann schauen wir einfach mal, was mit dem Fahrzeug in der Situation passiert und was wir dann eben tun müssen. Einlenken, wir sind zu schnell und dann merkt man schon, das Fahrzeug schiebt sofort über die Vorderachse nach außen. Das nennt sich Untersteuern. So, jetzt haben wir ein tolles System, was uns dagegen hilft, nämlich das adaptive ESB, was sogar darauf achtet, wie der Beladungszustand des Fahrzeugs ist. Über Sensorik erkennt das Fahrzeug das und versucht jetzt durch gezieltes Abbremsen der Räder, das Fahrzeug eben aus dem Untersteuern wieder herauszubringen. Gleichzeitig muss ich aber als Fahrer eben auch richtig reagieren. Denn wenn ich merke, dass das Fahrzeug Richtung Kurvenausgang schiebt, ist das Allerwichtigste in der Situation, Fuß vom Gas nehmen. Ganz, ganz wichtig. Und dann eben, und das ist auch das wirklich Schwierigste, nicht noch stärker in die Kurve einlenken. Denn das ist klar, man möchte ja da in diesem Fall nach rechts fahren. Das Fahrzeug rutscht aber geradeaus. Was ist die erste Reaktion? Man lenkt bis zum Anschlag nach rechts. Damit verschärft man das Ganze aber noch. Was man tun muss, ist Lenkeinschlag halten oder, wie ihr hoffentlich gesehen habt, eher die Lenkung wieder ein wenig öffnen. Damit gebe ich dem Reifen wieder die Chance, damit er eben auch entsprechend Traktion aufbaut. Und dann im Zusammenspiel mit dem adaptiven ESB bleiben wir in der Spur und kommen sicher durch die Situation. Take care. Take care. Take care. Take care.